13. Iwain ritt keineswegs schnurstracks zu Laudinesburg. Zwar schlug er die wohlbekannte Straße ein, die von Kemmelort südwärts über den Pass führte, jenseits lag die Burg und auch der Wald Pritzelian, und der Weg dahin war weit. Stunde um Stunde lief der Hengst durch die Nacht. Als der Morgen graute, hielt Iwain droben auf der Höhe und blickte hinab auf den Wald, der schwarz in der Dämmerung lag. Er sah die Gehöfte am Fuß des Bergrückens und weit entfernt die Türme und Zinnen der Burg. Lange starrte er darauf hin, und das Herz tat ihm weh, aber er würde nicht hinreiten, so sehr er sich danach sehnte. In den Wald Pritzelian würde er reiten, zu dieser Quelle, zu der er immer wieder zurückkehren musste, ob er wollte oder nicht. Sie schien zu seinem Schicksal zu gehören, Gott mochte wissen, warum. Sein Gesicht war so düster wie sein Gemüt, während er den Hengst hinabhetzte in die Ebene. Er jagte an den Gehöften vorüber, ohne einzukehren. Die Leute sollten nicht vor dem Löwen erschrecken. Als er an den Waldrand kam, bog er von der Straße ab, stieg vom Pferd, legte sich ins Gras und schlief eine Weile. Der Löwe trabte lautlos im Kreis. Irgendwoher kam ein dumpfes Getöse und weckte Iwain. Der gräuliche Hirte und seine Herde fiel ihm ein. Aber was kümmerte ihn jetzt, der behaarte Mann? Er hatte anderes zu tun. Er band den Hengst los und ritt waldeinwärts. Irgendwoher aus einem entfernten Teil des Waldes hörte er die Axtschläge der Holzfäller, die dort rodeten. Da, wo er sich jetzt befand, war der Wald schön und unberührt von den schauerlichen Unwettern, die rings um den Brunnen getobt hatten. Aber wie würde es hier aussehen, wenn er das getan hatte, was er tun wollte? Er mochte eine halbe Meile geritten sein, ohne einem Menschen zu begegnen. Freilich, die Menschen mieden den Waldbräzilien seit eh und je. Rings um ihn war es jetzt heller geworden. Da und dort standen Bäume mit gebrochenen Ästen, die nur spärlich Laub angesetzt hatten. Andere starrten kahl gegen den Himmel, wie verkohlte Gerippe. Der Blitz hatte sie getroffen. Auf dem Boden raschelten knöcheltief dürre Blätter. Dann lag die Lichtung vor Iwain. Da war alles wie sonst. Nur die dichte Krone der Linde schien merkwürdig zu zaust. Aber aus ihrem Schatten leuchtete der weiße Stein des Brunnens, über dem die goldene Schöpfkelle hing, und der Wasserspiegel funkelte wie ein riesiger Smaragd. Zwischen den Bäumen am Rand der Lichtung stand die Kapelle. Langsam und schwerfällig wie ein alter Mann stieg Iwain vom Pferd. Er band den Zügel an einen Ast. Zwar würde ihn der Hengst gewiss vor Angst abreißen, später dann, wenn es begann. Er setzte sich auf den weißen Stein und griff nach der Kelle. Ehe er zu schöpfen begann, warf er noch einen Blick zwischen den gelichteten Bäumen hindurch zur Burg hinüber. Dort saß jetzt gewiss Frau Lordine in ihrer Kemenate, ahnungslos, was im nächsten Augenblick über sie und das Land hereinbrechen würde. Die Augen brannten ihm, und er biss die Zähne zusammen. Sie würde sehr erschrecken. Als er das dachte, hätte er fast die Kelle wieder losgelassen. Aber nein, Lordine musste endlich wissen, wie groß sein Kummer war, und darum würde er jetzt das tun, wozu er sich in der letzten Nacht in seiner Verzweiflung entschlossen hatte. Er würde das Brunnenbecken ausschöpfen, bis auf den letzten Tropfen. Und wenn schon eine einzige Kelle voll solche Unwetter auslöste, was musste erst dann geschehen? Ja, so verzweifelt war Herr Iwain. Als er dann wirklich zu schöpfen begann, geschah alles genau, wie er es erstmals erlebt hatte. Der Himmel über dem Wald wurde schwarz, ehe er es sich versah. Aus den Wolken mit den schwefelgelben Rändern zuckten die Blitze. Hagel prasselte nieder. Neben ihm loderte ein Baum auf wie eine riesige Fackel. Krachend stürzten gebrochene Äste herab, der Sturm war zum heulenden Orkan geworden, und der Donner brüllte unaufhörlich. Iwain schöpfte und schöpfte. Es schien, als merke er nichts, von dem Toben ringsum. Er hatte den Helm geöffnet, der Hagel peitschte ihm ins Gesicht, und das Wasser rann ihm in die Augen, die so verstört blickten, als sei er nicht ganz bei Sinnen. Indessen hatte sich eine fahle Dunkelheit über das Land gebreitet, soweit er sehen konnte, nichts als tief hängende schwarze Wolken von Blitzen durchzuckt. Längst züngelten feurige Schlangen auch um Türme und Zinnen der Burg, als wollten sie das Gemäuer in Brand setzen. Iwain schrie auf, als ein schreckliches, grelles Licht gerade über der Burg die Schwärze zerriss und senkrecht niederfuhr auf den Bergfried. Da war es Iwain, als erwache er aus einem entsetzlichen Albtraum. Großer Gott, wie lange dauerte dieses Grauen schon? Wurde denn der Brunnen niemals leer? Plötzlich merkte er, dass die Kelle über dem Boden des Beckens scharrte. Da ließ er sie mit einem Ächzen los. Sie schlug noch ein paar Mal an seinen Helm, dann hing sie still. Es war vorüber. Iwain saß auf dem Stein, starrte auf die Verwüstung ringsum und sah zu, wie sich das Unwetter jetzt schnell verzog. Er warf einen angstvollen Blick zur Burg hinüber. Gottlob, der Blitz hatte nur in den Turm eingeschlagen, aber nicht gezündet. Als der Himmel wieder hell wurde, merkte er, dass die Sonne schon tief im Westen stand. Er erschrak. So lange hatte Lordine den grausigen Spuk ertragen müssen. Und jetzt? Was würde jetzt geschehen? Würde jemand kommen, um mit ihm zu kämpfen? Ein bitteres Lachen überkam ihn. Wer sollte wohl kommen, da er doch selber der Herr des Brunnens war? Die Ritter aus Ascalons Zippe waren nach jenem Kampf am Brunnen zornig und beschämt fortgezogen, und Frau Lordine lebte recht einsam in ihrer Burg. Nur Lunete war da, ein paar Junker und das Gesinde. Das hatte ihm die junge Gräfin erzählt, während sie unterwegs waren nach Camelot. Freilich hegte Herr Ivan ganz tief in seinem Inneren eine närrische Hoffnung. Vielleicht, vielleicht würde Frau Lordine selbst kommen, um zu sehen, wer dieses Schrecknis über sie gebracht hatte. Denn dieses Unwetter, das wusste er genau, war viel schlimmer und unheimlicher gewesen als alle anderen, die jemals von der Quelle ausgegangen waren. Und weil er diese närrische Hoffnung hatte, beschloss er, vorerst einmal zu warten. Etwas musste doch geschehen, nach dem, was er getan hatte. Er fühlte sich recht übel und die kaum vernarbten Wunden schmerzten. Besorgt sah er sich nach seinem Hengst um. Aber der war fort. Er hatte es ja gewusst. Und der Löwe? Als Ivan schon traurig dachte, auch er habe ihn verlassen, da sah er ihn. Er saß unter dem Vordach der Kapelle, den Kopf witternd erhoben, als erwarte er jeden Augenblick eine neue Gefahr. Ivan erhob sich, ging zur Kapelle hinüber und setzte sich neben ihn. Als er sich hinüberbeugte und ihm den Arm über den Nacken legte, strichen ihm die rauen Haare der Miene über das Gesicht. Aber das merkte er schon nicht mehr. Sein Kopf war nach vorne gesunken und er schlief. Ivans Hoffnung erfüllte sich nicht, denn Frau Lordine dachte nicht daran, in den Waldbräzilian zu reiten. Blass und verstört saß sie mit Lunete in ihrer Kemenate. In einer Ecke kauerten mit verweinten Gesichtern ihre Mägde und ein paar Frauen aus den Hütten drunten am Fuß des Felsens, die sich mit ihren Kindern in die Burg geflüchtet hatten, als das Unwetter losbrach. Die Dächer über ihren Köpfen fortgerissen wurden, die Kühe brüllend durch die Zäune brachen und davon rasten, während die Grundmauern zitterten wie bei einem Erdbeben. Der jüngste Tag ist angebrochen, jammerten sie und stürzten in ihre Angst, ohne lange zu fragen, in Laudines Kemenate, als könnte die Königin sie schützen. Unsere Männer roden dort im Wald, sie werden gewiss getötet werden. Oh, warum müssen wir in einem Lande wohnen, wo so schreckliche Dinge jeden Tag geschehen können? Laudine suchte sie zu trösten, aber sie wusste sich selber keinen Rat. Sie haben ja recht, sagte sie leise und zog Lunete abseits ins Fenster. Wer mir das angetan hat, kann es immer wieder tun, da ich niemanden habe, der ihn darin hindert. Die Knechte, meinst du? Schau hinunter, da kommen sie gerannt. Alle miteinander haben sie es nicht gewagt, zum Brunnen zu laufen und nachzusehen. Seit eh und je haben sie Angst vor seinem Zauber. Ach, Lunete, wer mag mich nur so sehr hassen, und was kann der Bösewicht nur getan haben, dass diesmal alles viel schlimmer war als je zuvor? Vielleicht hat er das Wasser bis zum letzten Tropfen ausgeschöpft, sagte Lunete grimmig und ahnte nicht, wie nahe sie der Wahrheit kam. Aber du hast leider nur allzu recht, Herrin, fuhr sie fort. Wir werden wirklich nie mehr ruhig hier leben können. Wenn der Bösewicht ungestraft bleibt, wird er oder ein anderer es wieder tun. Es gibt viel Neid und Bosheit in der Welt, und vielleicht will dich jemand auf diese Weise zwingen, fortzuziehen, damit er sich deinen reichen Besitz aneignen kann. Aber was soll ich denn nun anfangen? sagte Laudine verzweifelt. Ich bitte dich, denke nach. Bis jetzt hast du immer noch einen Rat gewusst. Warum siehst du mich denn so böse an? fragte sie plötzlich erschrocken. Lunete sah wirklich recht zornig aus. Fast hätte sie gesagt, wärst du nicht so hart gegen Herrn Iwain gewesen, so wäre er jetzt hier, und alle Not hätte ein Ende. Aber sie sagte es nicht. Nein, Frau Laudine war schon arm genug. Ich habe eben gedacht, wie schade es ist, dass wir nicht wissen, wo der Ritter mit dem Löwen ist, antwortete sie eilig. Ich würde tausend Meilen reiten und ihn auf den Knien bitten, uns zu helfen. Er hat mich vor dem Feuertod gerettet und würde gewiss auch... Sie stockte, dann schüttelte sie traurig den Kopf. Aber nein, er ist so bekümmert und so zornig über seine Herrin, die ihm nicht vergeben will, dass er gewiss keine Lust hat, für irgendeine Frau zu kämpfen. Laudine fuhr auf. Warte, sagte sie hastig, und wenn ich nun diese Frau dazu bewegen könnte, ihm zu verzeihen? Ich würde meine ganze Kraft daran setzen, und er würde gewiss zum Dank für mich kämpfen. Oh Lunete, ich bitte dich nur noch um diesen einen Dienst. Suche den Ritter mit dem Löwen und sage ihm, ich schwöre ihm, Verzeihung für ihn zu erlangen, wenn er mir nur den Namen seiner Herrin nennt und seinen eigenen, und wenn er mir verspricht, mich vor diesem Feind zu beschützen. Fast hätte Lunete einen Freudenschrei ausgestoßen. Endlich konnte sie etwas für Herrn Iwain tun. Wenn Frau Laudine schwor, seine erzürnte Gemahlin zu versöhnen, so musste sie selbst diesen Eid halten und ihm vergeben, und alles war gut. Das dünkte Lunete sehr herrlich, dass sie vor Freude zu lachen begann und eine ganze Weile nicht mehr aufhören konnte. Ach, was war das für eine wunderliche, verworrene Geschichte. Abermals musste sie also Herrn Iwain für die Königin suchen. Frau Laudine betrachtete sie mit gerunzelter Stirn. Warum lachst du denn? Mich düngt, wir haben wenig Grund dazu. Verzeih mir, Frau Königin, Lunete dachte sehr schnell nach. Ich will es gern für dich tun, sagte sie. Und du schwörst mir also, diese Frau mit ihrem Gemahl zu versöhnen? Koste es, was es wolle? Ich schwöre es. Gott und seine Heiligen mögen mir beistehen. Und ich will nicht ruhen, bis es mir gelungen ist. So werde ich morgen früh reiten und den Ritter mit dem Löwen suchen, sagte Lunete strahlend. Als sie aber beim Morgengrauen den Pfad von der Burg hinabritt, schien alles nicht mehr so einfach. Sie sah auch mit Schrecken, wie sehr das Land weit umverwüstet war, Dächer von den Hütten gerissen, Ecke vom Hagel zerschlagen und der Wald zerstört, soweit sie sehen konnte. Wo sie vorüberkam, hatten die Männer finstere Gesichter und die Frauen weinten. Wahrhaftig, Frau Lordine hat alle Ursache, vor diesem Bösewicht Angst zu haben, der dies alles verschuldet hat, dachte sie zornig. Aber er soll nicht ungestraft bleiben, wenn ich nur erst Herrn Iwain gefunden habe. Sie überlegte, dass sie wohl zuerst nach Camelot reiten musste. Dort würde sie am ehesten etwas über ihn erfahren. Aber vorher will ich den Brunnen sehen, sagte sie sich. Ich muss wissen, was dort geschehen ist, weil diesmal alles so viel schlimmer war als sonst. Als sie sich dem Waldrand näherte, tauchte zu ihrer Verwunderung plötzlich ein reiteloses Pferd zwischen den Bäumen auf. Es trabte verwirrt hin und her, sein Fell war beschmutzt und in der Miene hatten sich Gras und Blätter verfangen. Ihre Stute wierte, da stutzte es und kam ihr schnell entgegen. Während die Tiere einander mit einem freundlichen Schnauben begrüßten, ergriff Lunete schnell den Zügel, der abgerissen herabhing. Das Pferd folgte ihr willig, als sie weiterritt. Sie war jetzt sehr aufmerksam geworden. Irgendwo musste ja der Reiter sein. Sie kam zur Lichtung, die sie kaum wiedererkannte. Denn selbst die Linde war jetzt kahl und ihre Krone ein Gewirr von zerrissenen Ästen. Aber da lag der Brunnen mit dem smaragdgrünen Wasserspiegel, still inmitten all der Verwüstung, als hätte er nicht das Geringste damit zu tun. Unter dem Vordach der Kapelle aber, als Lunete es sah, hielt sie ihr Pferd an und stieg ab. Langsam ging sie auf die Kapelle zu. Der Löwe blickte ihr entgegen aus wachsamen gelben Augen. Ivan aber schlief, den Kopf an seine Flanke gelehnt. Ein wenig entfernt kauerte sich Lunete nieder. Das kann nicht wahr sein, dachte sie. So viel Glück kann ich nicht haben. Atemlos starrte sie hinüber. Da erhob sich der Löwe. Im selben Augenblick fuhr auch Ivan in die Höhe. Er war so schnell wach, wie Tiere es sind, die mit der Gefahr leben müssen. Er erkannte sie sogleich. Noch im Aufspringen riss er sich den Helm vom Kopf und warf ihn auf die Erde. Lunete, du bist es! Er lief auf sie zu und umarmte sie in seiner Freude so heftig, dass sie kein Wort hervorbrachte. Ja, ich, sagte sie recht töricht, als sie endlich zu Atem gekommen war. Gott grüße dich, Herr Ivan. Es ist wie ein Wunder, dass ich dich hier finde. Ich hatte schon gefürchtet, ich müsste dich lange suchen. Wie kommst du hierher? Ivan starrte sie an. Du wolltest mich suchen? Sie nickte eifrig. Frau Lordine hat mich gebeten, den Ritter mit dem Löwen zu suchen, denn sie hat Angst. Gestern nämlich hat irgendein Unhold sich mit dem Brunnen zu schaffen gemacht, und es ist ein so grässliches Unwetter über das Land gekommen, wie noch nie. Er muss die Zauberkraft der Quelle kennen, und er muss meine Herrin hassen, sonst könnte er ihr das nicht antun. Aber sie hielt inne und sah ihm forschend ins Gesicht. Was hast du denn, Herr Ivan? fragte sie erschrocken. Du siehst aus, als wärst du dem Teufel selbst begegnet. Er antwortete nicht gleich. Frau Lordine glaubt also, dieser Unhold hasst sie so sehr? sagte er endlich traurig. Könnte es nicht sein, dass er sie sehr liebt und in seinem Kummer keinen anderen Ausweg fand, um ihr zu zeigen, wie unglücklich er über ihre Ungnade ist? Lunete fuhr zurück, dass sie fast über den Löwen gestolpert wäre, der mit einem zornigen Fauchen zur Seite sprang. O Himmel, du hast es also getan? fragte sie entsetzt. Hat dich wieder einmal dein Verstand verlassen, armer Herr Ivan? Was ist doch die vielgepriesene Minne für ein unseliges Ding? Sie starrten einander mit düsteren Blicken in die düsteren Gesichter. Lunete seufzte. Nun, was geschehen ist, das ist geschehen. Und wenn Frau Lordine erst einmal damit angefangen hat, dir dein gebrochenes Versprechen zu vergeben, dann wird sie dir auch das noch verzeihen. Aber du weißt das Wichtigste noch nicht. Sie hat mir einen heiligen Eid geschworen. Wenn der Ritter mit dem Löwen ihr beistehen wolle gegen ihren Feind, dann werde sie nicht ruhen, ehe sie seine Gemahlin mit ihm versöhnt habe. Ich bitte dich, nimm jetzt allen Verstand zusammen, den dir die Minne gelassen hat. Dann wirst du begreifen, was das bedeutet. Erwartungsvoll blickte sie zu ihm auf. Aber Herr Ivan schien keineswegs zu begreifen. Er sah gänzlich verwirrt aus. »Frau Lordine will also meine Gemahlin mit mir versöhnen?« wiederholte er erschrocken. »Ja, aber sie ist doch selbst.« Plötzlich begriff er. Einen Augenblick blieb er ganz still. Dann packte er Lunete so heftig an den Schultern, dass er ihr wehtat. Er war sehr bleich geworden. »Lunete«, sagte er rau, »du musst es mir jetzt ganz genau erklären. Frau Lordine hat also gesagt, den Ritter mit dem Löwen und seiner Gemahlin miteinander zu versöhnen?« Er begann Lunete so unbarmherzig zu schütteln, dass ihr der Kopf wackelte. Aber er merkte es nicht. »Das bedeutet doch, dass sie sich mit mir versöhnen muss, da ich der Ritter mit dem Löwen bin und sie meine Gemahlin. Oh, Lunete, sage mir, dass es wahr ist.« »Es ist wahr«, antwortete sie und strich ihm mitleidig über die Wange, weil sie seine Augen sah. Es könnte alles ein Irrtum sein. »Jetzt hält sie ihr Eid gefangen«, fuhr sie fort, »und sie muss dir vergeben. Aber ich weiß, dass sie froh darüber sein wird, denn sie liebt dich immer noch. Du brauchst jetzt nur zur Burg hinauf zu reiten und ihre Verzeihung zu erbitten. Dann hat alle Not ein Ende. Komm, wir wollen die Pferde holen. Es ist ein Glück, dass dein Hengst mir zugelaufen ist.« Schnell und schweigsam ritten sie durch die zerstörte Landschaft. »Nur einmal«, sagte Ivan, »auch wenn ich hundert Jahre lebe, ich werde dir nie vergelten können, was du für mich getan hast.« Ihr Gesicht wurde sehr ernst. »Vergiss nicht, dass der Scheiterhaufen schon für mich gebrannt hat, als du kamst«, antwortete sie. Schweren Herzens sah Ivan die zerschlagenen Ecke und die beschädigten Hütten, an denen sie vorüberkamen. »Weiß Gott, ich habe keinen Augenblick daran gedacht, dass es so schlimm sein könnte«, sagte er bedrückt. »Aber ich werde den Schaden gut machen. Und wenn ich es mit meinen eigenen Händen tun müsste.« Lunete lächelte. »Da du der Herr dieses Landes und reich genug bist, wird es dir nicht allzu schwerfallen, etwas für die Leute zu tun.« Ivan fuhr verblüfft herum. Plötzlich lacht er. »Ob du es glaubst oder nicht, das hatte ich völlig vergessen über allem, was mir indessen begegnet ist.« Er spornte den Hengst an und jagte den Pfad hinauf zur Burg, als hätte er keine Zeit mehr zu verlieren. Der Pförtner wunderte sich zwar, als Frau Lunete, die doch erst vor kurzem fortgeritten war, mit einem Ritter zurückkam, der in einer prächtigen silbernen Rüstung, gewaffnet und mit geschlossenem Helm zum Tor hereintrabte, als verstände sich das alles ganz von selbst. Er wunderte sich noch mehr, als er den Löwen erblickte, aber auch er kannte, wie jedermann die Geschichte, die man vom Ritter mit dem Löwen erzählte. Also musste es wohl in Ordnung sein, da Frau Lunete befahl, die Pferde in den Stall zu bringen und eilig mit dem Fremden zum Pallas hinüberging. Gleich darauf waren sie samt dem Löwen durch die Tür verschwunden, die zu Lunetes Turmgemach führte. Ich bitte dich hier zu warten, es ist ja nicht das erste Mal, dass du das tun musst, sagte sie aufgeregt, denn in der nächsten Stunde musste es sich entscheiden, ob alles gut gehen würde oder nicht. Ich melde der Königin, dass du gekommen bist. Sie wird sich nicht wenig wundern, wie schnell ich dich gefunden habe. Sie lief schon die Treppe hinab. Frau Lordine fuhr auf, als sie bei ihr eintrat und legte hastig ihren Stickrahmen beiseite. »Lunete, du kommst zurück, was ist geschehen?« »Alles ist gut, Herrin«, sagte Lunete atemlos. »Ich habe den Ritter mit dem Löwen gefunden, er ist hier. Erlaubst du, dass ich ihn sogleich zu dir führe?« »Warte, wo bist du ihm denn begegnet? Du kannst nicht weit gekommen sein«, fragte die Königin verwundert. »Er war beim Brunnen im Walde«, antwortete Lunete und hoffte, ihre Herrin würde nicht weiter nachforschen. »Da könnte es ja sein, dass er unserem Feind begegnet ist«, meinte Frau Lordine nachdenklich. »Ich werde ihn danach fragen, aber jetzt geh und bringe ihn her«, fuhr die Königin ungeduldig fort. »Dann werde ich endlich auch sein Gesicht sehen.« »Nein, leider nicht, Herrin«, sagte Lunete betrübt, denn er bittet, dich unerkannt bleiben zu dürfen, bis er die Huld seiner Gemahlin wiedergewonnen hat.« Lordine zuckte unmutig die Achseln. »Nun, meinetwegen, ich muss es ihm ja erlauben, da ich so dringend seiner Dienste bedarf, aber seine Sitten scheinen mir nicht sehr höfisch zu sein. Lunete hätte Ivan gerne verteidigt, allein sie wagte es nicht. Frau Lordine hatte ja recht. Es musste ihr wunderlich erscheinen, dass dieser Ritter mit dem Löwen auch diesmal unerkannt bleiben wollte.« So verneigte sie sich schnell und lief fort. »Ich will dir gar nicht raten, was du sagen oder tun sollst«, meinte sie seufzend, während sie neben Ivan die Treppe von ihrer Turmstube hinabstieg. »Denn du würdest es doch ganz anders machen oder sogleich vergessen.« Das war freilich zu befürchten, denn Ivan war so aufgeregt, dass er sogar den Löwen vergessen hatte, als er Lunetes Cheminate verließ. Zwar erhob sich der Löwe gähnend, reckte sich und schickte sich an, seinem Herrn zu folgen, aber der sah sich nicht einmal nach ihm um. Da mochte es ihm unnötig erscheinen, hinterdrein zu traben, da nichts auf einen Kampf hindeutete. Und als er an Lunetes Bett mit den seidenen Decken und den weichen Fällen vorüberkam, sprang er mit einem anmutigen Satz hinauf, legte sich behaglich zurecht und schlief ein. Natürlich kam es genauso, wie Lunetes vorausgesehen hatte. Als sie die Cheminate der Königin betrat, sagte Ivan gar nichts. Er beugte nur das Knie und blickte zu Frau Lordine auf, die ihm drei Schritte entgegengegangen war. Gottes Gruß, sagte sie, Herr Ritter, ich danke dir, dass du gekommen bist. Lunete hat dir gesagt, wie schutzlos ich bin gegen diesen Bösewicht, der jederzeit wieder Unheil über mich und mein Land bringen kann. Sie merkte nicht, wie der Fremde bei den Worten Bösewicht zusammenzuckte, aber Lunete hat es gemerkt und hielt es für geraten, schnell einzugreifen, ehe diese beiden wieder alles falsch machten und verdarben. Sie hatte sich ihre Rede längst zurechtgelegt. Frau Königin, begann sie feierlich, du solltest diesen Ritter aufstehen heißen, denn es geziemt sich nicht, dass er vor dir kniet, da du jetzt zugleich einen Eid einlösen musst, den du ihm geschworen hast. Nämlich seine Gemahlin, die ihm zürnt, mit ihm zu versöhnen. Frau Lordine sah sie verwundert und missbilligend an. Du solltest deine Zunge ein wenig im Zaum halten, sagte sie kühler, als sie sonst mit Lunete zu sprechen pflegte. Ich weiß selbst, welchen Eid ich geschworen habe, und ich werde ihn einlösen, sobald die Zeit gekommen ist. Die Zeit ist gekommen, rief Lunete, fest entschlossen, den unseligen Zwist zwischen den beiden Menschen, die sie herzlich liebte, zu beenden. Und darum wirst du jetzt diesem Ritter sagen, dass du ihm alles verzeihst, wodurch er dich gekränkt hat, und dass du ihm wieder deine Huld zuwendest. Lunete, was redest du da? fragte die Königin verwirrt. Wie könnte dieser Ritter mich gekränkt haben? Ich bin ihm ein einziges Mal begegnet, an der Quelle im Wald, du weißt es. Sie blickte ernst auf Ivan hinab. Herr Ritter, du sagtest damals, du wolltest unerkannt bleiben, solange dir deine Herrin zürnt. Aber nun wirst du mir doch deinen Namen nennen müssen, dünkt mich, ich kann ja sonst meinen Eid nicht einlösen, da ich weder dich noch deine Gemahlin kenne. Da nahm Lunete noch einmal ihren ganzen Mut zusammen. Ehe noch Ivan antworten konnte, trat sie mit einem schnellen Schritt auf die Königin zu. Du irrst dich, Frau Lordine, du kennst diesen Ritter so gut wie sonst niemanden auf der Welt, sagte sie atemlos, denn er ist Herr Ivan, dein Gemahl. Es geschah gar nicht viel nach diesen Worten, da in der Kerminate der Königin nur, dass Herr Ivan den Helm abnahm, ihn neben sich auf den Boden legte und sich erhob. Nur, dass Frau Lordine einen Augenblick in sein Gesicht sah und totenblass wurde. Auf Lunetes Stirn erschienen winzige, kalte Tropfen. Ivan begann, mit einer ganz brüchigen Stimme zu reden. Meine liebe Herrin. Aber da wandte sich die Königin wortlos um und trat ans Fenster. Eine Weile stand sie regungslos da. So ist es also, sagte sie endlich langsam, ohne den beiden ihr Gesicht zuzuwenden. Ihr habt mich einen Eid schwören lassen, den ich halten muss, ob es mir nun lieb oder leid ist. Ich muss also Herrn Ivan verzeihen. Das tue ich. Es ist ja auch meine Christenpflicht. Oh, ich danke dir, rief Ivan glücklich und fühlte schon, wie die Last, die so lange auf seiner Seele gelegen hatte, dahinschwinden wollte. Aber da sprach die Königin weiter. Doch der Eid kann mich nicht zwingen, jemanden zu lieben, der meiner so wenig achtet, dass er vergisst, zu mir zurückzukehren, obgleich er es versprochen hat. Ivans Freude erlosch augenblicklich und Lunete stürzte in die schwärzeste Verzweiflung. War wieder alles umsonst gewesen? Aber wenn man einen Krug mit Wasser füllt und das Wasser rinnt immerzu weiter, obgleich der Krug schon voll ist, dann läuft er über. Herr Ivan fühlte plötzlich, dass er nicht mehr wollte. Dies alles wollte er nicht mehr, abermals von hier fortreitend, zurück in seine Einsamkeit. Er wollte auch nicht immer denken, dass er selbst und allein an allem schuld war. Auch hatte er lange hart dafür gebüßt, schien ihm, endlich wollte er auch wieder Herr Ivan sein, nicht nur der namenlose Ritter mit dem Löwen. Und als er mit seinen Gedanken so weit gekommen war, sagte er ganz laut, jetzt ist es genug. Er wusste gar nicht, dass er es laut gesagt hatte. Er wusste nur, dass er jetzt reden musste, bis alles ausgesprochen war, was er zu sagen hatte. Und das war sehr viel. Frau Lordine, einmal muss alles ein Ende haben. Ich habe mein Wort gebrochen und dich dadurch beleidigt. Seitdem ist kein Tag vergangen, in dem ich es nicht bereut hätte. Wie sehr, das weiß nur ich allein. Du sagst, du vergibst mir. Ja, selbst Gott vergibt dem, der bereut. Aber lieben kannst du mich nicht mehr, meinst du? Das ist so schlimm für mich wie sonst nichts auf der Welt. Denn ich liebe dich so sehr, dass es für mich im Leben keine Freude mehr geben wird, wenn du mich nicht mehr liebst. Zwar werde ich immer für dich gegen deine Feinde kämpfen, aber... Er hielt inne, weil die Königin schnell die Hand gehoben hatte. Warte, Herr Ivan, sagte sie, noch immer ohne ihn anzusehen. Ich habe dich gebeten zu kommen, um den Bösewicht zu bestrafen, der gestern dieses schreckliche Unwetter über uns gebracht hat. Wirst du ihn suchen und mit ihm kämpfen, damit er es nicht wieder tut? Ivan wurde feuerrot bei dieser Frage und Lunete rang heimlich die Hände. Aber weil Ivan eben dies alles so gründlich satt hatte, wurde er jetzt zornig. Oh, freilich, wie hätte es anders sein können? Wieder einmal ging es um diese Quelle. Immer, wenn es um sein Schicksal ging, war auch die Quelle da. Alles Glück und alles Unheil hatte mit ihr begonnen. Aber jetzt sollte es auch damit ein Ende haben. Wie mit all der anderen Geheimnistuerei. Herrin, sagte er entschlossen. Ich werde nicht gegen den Bösewicht kämpfen, von dem du redest, denn ich selbst habe gestern den Brunnen bis zum Boden ausgeschöpft. Er wartete, aber Laudine rührte sich nicht. Er starrte ihren Rücken an und plötzlich war ihm, als schüttelte sie sich ein wenig. Weinte sie oder lachte sie. Aber dies war weder zum Weinen noch zum Lachen. Ich habe es gewusst, sagte sie plötzlich. Warum hast du es getan? Wieder stieg ihm das Blut in die Wangen. Sie hatte es also erraten? Ich muss wohl vor Kummer fast von Sinnen gewesen sein, antwortete er und war auf einen Blick zur Lunete hinüber, die mit grimmigem Gesicht nickte. Und außerdem hasste ich den Brunnen seit langem, der mich in Wahrheit gar nichts anging, da ich ja nicht zu Ascalons Sippe gehöre. Ich hatte nur deinetwegen geschworen, ihn zu hüten, weil ich dich zu gemahlen haben wollte. Fügte er düster hinzu. Es ist mir bis heute nicht zum Glück ausgeschlagen, aber ich gedenke mich nicht, darein zu fügen. Er trat so dicht vor sie hin, dass sie ihn ansehen musste. Ich bitte dich, denke noch einmal über alles nach, sagte er ernst. Ich bin gewiss, dass ich durch meine Schuld nie wieder deine Huld verlieren werde, wenn du sie mir jetzt wieder zuwendest. Und vielleicht kannst du, wenn einige Zeit vergangen ist, auch wieder beginnen, mich zu lieben. So hoffe ich, fügte er sehnsüchtig hinzu. Als sie ihn jetzt ansah, wusste er wieder nicht, ob sie im nächsten Augenblick lachen oder weinen würde. Aber es war ihm auch gleichgültig, denn sie sagte, nein, ich kann nicht wieder beginnen, dich zu lieben, denn ich habe niemals aufgehört. Hier endet die Geschichte vom Ritter Iwain und der Königin Claudine. Der ritterliche Sänger Hartmann von Aue, der sie vor acht Jahrhunderten erzählte, sagt an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie es ihnen weiter ergangen ist, denn niemand hat es mir berichtet. Aber die getreue Lunete hatte wohl Grund zur Freude, weil ihr Werk, an das sie so viel Mühe gewandt hatte, zu guter Letzt doch noch gelang. Gott schenke uns allen Glück und Ehre. Und der Löwe? Nun, niemand hat jemals erfahren, wie er nach Britannien kam. Vielleicht brachte ein weitgereister Händler das junge Katzentier aus dem Land Afrika herüber oder aus dem Griechischen Reich, wo noch einige seiner Artgenossen lebten. Aber nachdem er einmal da war, hat er die Rolle, die ihm Herr Hartmann in dieser Dichtung zuteilte, gut und lebenswert gespielt und gewiss viel zur Unterhaltung und Spannung der ritterlichen Gesellschaft beigetragen, für die Iwain erzählt wurde. Und zum Glück ist es der Sage erlaubt, mancherlei zu erzählen, was man der Geschichte vielleicht nicht glauben würde.